hallo und herzlich willkommen liebe leute zu einer weiteren kanalvorstellung heute der kanal spielebibliothek ja bibliothek sehr sehr geil ja ich hab den kanal den kenne ich ja schon bisschen besser habe ich schon öfters reingeguckt und gefällt mir sehr gut und hier seht ihr schon das schöne banner hier noch mal spielebibliothek hier oben er und syrup und ich hab da schon ein paar bilder das muss der fußball sein und gta von vielen games und als avatar bild haben wir noch so eine kleine puppe hier sehr sehr cool sieht das aus gefällt mir sehr gut und dann würde ich sagen gehen auf die kanal info und dann schauen wir mal was uns hier erwartet 22 abonnenten 952 aufrufe beitritt am 18 8 2014 beschreibung der könig der flachwitze sogenannte iron witze tach leutz herzlich willkommen auf einen kanal der sehr viel sarkasmus ironie satyr und schwarzen humor beinhaltet hier wird alles let's play von alten spiele bis zu neuen spiele hoffe dass für jeden etwas dabei ist ach ja ich will dislikes und keine likes also immer schön disliken danke mit freundlichen grüßen euren dann haben wir noch details land deutschland links lp übersicht wird auch nerds tutarium google plus ja sehr sehr witzig ich habe schon ein paar videos geguckt und sehr sehr geil es ist einfach seine art sein sein wie sagt man das sein sein humor sein sarkasmus und finde ich total cool ist auf jeden fall sehenswert dass ich euch mal anschauen das ist auf jeden fall was anderes und ich finde es auch ganz cool da gehen wir mal auf playlist da haben wir dann flash games drei videos mario kart double dash 38 tony hawk post geht da drei videos super mario 64 das habe ich früher auch gezeigt 10 videos mario party vier videos und mario party 2 sehr sehr nice dann haben wir videos ihr seht schon richtig schöne und ihr seht schon jede menge videos ganz schön gemacht hier die thumbnails immer unterschiedlich hier gefällt mir ordentlich schön sehr bunt also sehr belebt nice 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 ich würde einfach mal spontan sagen wir schauen uns hier im finale was an würde sagen das machen wir hier mario kart ist immer eine gute sache so dann stellen wir mal kurz alles ein 1080p sehr sehr nice an der anmerkung mal kurz aus lassen mal kurz ein bisschen laden und dann kann man mal kurz reinschauen hier ja 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 hat er schon ausgefüllt hier die beschreibung tach leute hier ist mein neues video und viel spaß dabei bitte die beschreibung aufklappen sozial media meine offizielle twitter seite ist hier drückt verlinkt der word of nerd seite mit wirkende gäste anti hält gefördert das spielt dann wahrscheinlich mit ich glaube der ist sogar auch verlinkt auf der seite kann man mal schauen du findest was ich hier gerade was du findest das was ich mache hier gut und möchtest unterstützen dann würde ich mich selber einen daumen nach oben und ein abo freundet wäre wenn ihr dieses video auf facebook und auf twitter teilen könnte das abonniere mal ist ganz wahrscheinlich kostenlos ja das ist schön ich freue mich über jede bewertungsform von daumen abos schau leute sehr sehr nice so muss das auch sein ist immer wichtig finde ich immer cool und dann würde ich da noch mal sagen machen wir groß und da sehen wir schon gerade bis haben noch mal ganz groß mario kart double dash drücke start und ja bin ich mal gespannt was uns hier wartet würde ich sagen let's go hallo und herzlich willkommen zu mario kart double dash ist wahrscheinlich der letzte part und jetzt wird mal ein paar wettkämpfe immer erst mal ballon erst mal ballon hier werden wir straight an ballon hier würde ich kleine nehmen du hast echt nachher ein echtes problem wenn du da mit so einer großen ding rum fährst du dann wenn du nimmst sogar noch wir nehmen keks an wir machen alle ja erstmal alle ballon wir machen ballon und dann alle strecken aber jetzt war stimmt naja ok ist immer so alle bam jungen bam bam was muss mich bam nein nicht bam bam ja Alter er zieht mich krass ab bam nein hey don't oh jetzt geht es nochmal auf mit bbh komm doch hier oh schau nein ich hab gewonnen ja du bist doch durch na he he ja bam und in diesem sinne würde ich sagen wir machen hier stopp und dann könnt ihr euch den rest anhören sehr sehr geil erstmal muss ich sagen schöne bildqualität natürlich super ton und sehr sehr geiles spiel ja mario kart ist einfach episch es war früher schon episch ist heute noch episch und es macht einfach unendlich spaß einmal der wettkampf luftballon ballern münzen da in seiner ach was da alles gibt sehr sehr cool gemacht sehr unterhaltsam sehr lustig habt euch schon gehört viel spaß wird sehr viel gelacht und so muss das auch sein und ist auf jeden fall eine richtig geile sache so dann gehen wir mal auf die übersichtsseite einmal durch da haben wir die beliebtesten videos man sieht schon 37 82 44 dann alle videos ganz ganz wichtig alles was als letztes hochgeladen wurde sieht man schon vor drei wochen drei monaten ja es war gerade eine kleine pause dazwischen ich denke mal jetzt geht es dann bald wieder weiter ich hoffe es weil die videos sind echt geil mach auf jeden fall weiter dann haben wir eine playlist da könnt ihr direkt auf zugreifen da braucht ihr dann die erst auf playlist klicken könnt ihr von hier direkt wenn ihr sagt mario kart angucken lohnt sich auf jeden fall sehr lustig dann klickt hier drauf und dann könnt ihr euch die achten basifahrts reinziehen dann haben wir noch richtig klasse dudes die keine abos verdient haben das ist wieder sein lustiger humor hier finde ich sehr cool freut mich auch dass mein auf kanal hier mit drin steht sehr 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 toll da freut mich immer sehr gerade dass man sich gegenseitig unterstützt kann ich nur sagen immer eine super sache antiheld die ist der antiheld der war gerade mit im game dabei ja das war der war auch hier oben mit drin von klein auf geil und nochmal zwei andere freunde hier oben ist noch einer mehr sehr sehr schön gefällt mir sehr gut nochmal vielen dank ich kann dir nur sagen mach auf jeden fall weiter videos das war auf jeden fall richtig cool und ja also nicht aufhören immer weitermachen immer weiter und mario kart machst eh nichts verkehrt und da gibt es ja mit sicherheit noch tausend andere spiele die weiter spielen kannst ja mario party und aber was da alles gibt dann gehen wir mal auf kanäle genau hier sieht man nochmal von keiner geil und das andere was hier drunter link das finde ich immer sehr schön wenn man sich gegenseitig unterstützt auch für die anderen kanäle diskussion was haben wir hier so noch nicht viel los ok macht nichts ist nicht schlimm bei mir ist auch nicht so viel das dauert mit der zeit irgendwann geht es mal los hier waren wir schon ja dann gebe ich nochmal kurz ein feedback zurück also mich fühlt das die seite sehr schön auch sehr schönes haben jetzt schöne qualität schöne tonqualität sehr unterhaltsam ähm schöne spiele auf jeden fall mario kart super mario alles top auf jeden fall liebe leute und wenn es euch gefällt schaut auch einfach unbedingt mal vorbei und wenn es euch doch wirklich gefällt dann könnt ihr auf jeden fall auch weiter hier bleiben ich denke mal es ist auf jeden fall eine gute sache mach weiter so und ich werde natürlich den link zu seinem kanal unten in die beschreibung packen dann gibt es noch die community von mir da müsste es ja auch drin sein da könnt ihr auch natürlich reinkommen einfach drauf klicken könnt ihr eure videos posten und sparsam mitreden quatschen das ganz übliche finde ich eigentlich immer eine ganz gute sache und so lernt man sich kennen und hat auch noch eine lustige gemeinsame youtube zeit ja ansonsten kann ich nur sagen mach weiter so auf jeden fall hau schön videos raus ich bin gespannt und bis dahin würde ich sagen liebe leute das war's für heute und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten kanalvorstellung euer rivano bis dann ciao chao